Dann freue ich mich, dass ich euch herzlich begrüssen darf zum ersten Rheintaler Gründerforum hier im Buchs mit wunderschöner Aussicht, auch wenn das Wetter nicht ganz so mitmacht heute, dass ihr einmal die tolle Location kennenlernen könnt. Und heute erwartet euch ein Event mit inspirierenden Referaten, mit einer spannenden Podiumsdiskussion und was ich auch schon sehr gespannt bin, ist auf die Preisverleihung. Ich habe es heute Nachmittag vom Elevator Pitch Competition schon ein bisschen gesehen. Ich war schon ein bisschen nervös, die Leute, die wieder rausgekommen sind. Und ich bin gespannt, was uns dann gegen Ende des Forum die Jury dazu erzählen wird. Ich bin Sylvie Mantel, ich bin Co-Präsidentin vom Rheintaler Gründer Netzwerk und darf euch durch das Forum heute begleiten, was mich sehr freut. Der heutige Event steht unter dem Motto von Kooperationen. Gute Zusammenarbeit mit den passenden Menschen kann richtig gute Synergien geben. Wir können gemeinsam Herausforderungen viel leichter arbeiten. Und wir können auch neue Chancen finden. Wir können wachsen im Geschäft. Und der heutige Ablauf gibt euch ein paar Eindrücke zu dem Thema. Wir haben zuerst ein Referat zum Thema Generationen- und Fachkräftemangel. Ich bin gespannt, was ihr heute für Kooperationen schliessen werdet. Und ich gebe euch noch einen kleinen Tipp zu haben. Wir haben umgangssprachlich gesagt, sicher auch alte Hasen da, die schon lange selbstständig sind. Und sicher auch junge, die erst gerade am Gründen sind oder sich erst gerade am Überlegen sind. Tönt doch alle heute mal so, als wäre euer Glas komplett leer. Also wisst ihr noch nichts. Weil wenn das Glas voll ist, dann könnt ihr nichts mehr einschenken. Dann geht nichts mehr hinein. Aber wenn ihr einfach mal so tönt, als würdet ihr noch nichts wissen, dann kriegt ihr neue Inputs. Vielleicht nehmt ihr nur ein Wort, nur einen Satz mit, der euch in eurem Geschäft wieder weiterbringt. Und da möchte ich euch die Hand geben. Und jetzt gebe ich die Bühne auch schon frei für zwei Experten. Sie sehen Ihnen als Berater in verschiedenen Firmen, in verschiedenen Unternehmen im Bereich Kultur, wie man ein Arbeitsumfeld aufbaut und wie man dann auch auf die verschiedenen Bedürfnisse achten kann. Und zwar ist das der Stefan Bonner und der Pascal Hueper und zusammenbildend Fundemensch. Und mit einem grossen Applaus gebe ich jetzt die Bühne frei. Danke vielmals. Auch von unserer Seite, also von Stefan und von mir, ganz herzlich willkommen. Wir sind auch Gründer, Stefan und ich. Wir haben Fundemensch gründet vor mittlerweile ziemlich genau zwei Jahren. Was wir heute machen möchten, ist, wir möchten rund um das Thema, wie es Silvi schon gesagt hat, Generationen- und Fachkräftemangel heute etwas mitgeben. Weil das ist, glaube ich, ganz etwas Entscheidendes, was die Arbeitswelt von heute prägt. Und wo sowohl Gründer wie allgemein einfach alle Unternehmer im Moment ganz, ganz speziell ausfordert. Und ja, ihr könnt auch zum Zug, nachher schon, wir machen das auch ein bisschen interaktiv, ihr könnt alle mal euer Smartphone vorne nehmen. Und dann tut der Stefan da so einen QR-Code einblenden, den ihr einfach mal scannen dürfen. Also, erste Frage, wie stark nehmt ihr denn überhaupt den Fachkräftemangel wahr in dem Arbeitsumfeld, wo ihr seht? Das einfach mal so als Einstieg. Eins würde ich heute gar nicht bedeuten, wir merken nichts. Sieben extrem beschäftigt euch täglich. Gut. Also, wir sehen, das ist ziemlich durchmestet, aber insgesamt kann man glaube ich sagen, das Thema Fachkräftemangel, das spielt heute eine ganz grosse Rolle. Wir alle spüren das im Alltag. Und ja, das einfach mal so als Einstiegsfrage, wie ihr das wahrnehmt. Ich würde jetzt einfach mal gleich weiter zur nächsten Frage. Und da nimmt es wirklich jetzt auch mal wunder, so als Einstieg, bevor wir starten, wie nehmen die denn den Fachkräftemangel wahr? Also, welche Probleme glaubt ihr, bringt das vor allem mit sich? Also, was wir ganz sicher viel essen, ist ein so ein bisschen das Qualitätsproblem, oder? Man fängt an, gerade als Unternehmer, man muss anfangen, Leute zu rekrutieren, die man vielleicht sonst nicht unbedingt einstellen würde. Die Qualität leidet natürlich, man ist ja, unter Druck. Genau, auch ganz spannend finde ich den Punkt Krankheitsausfälle, oder? Die Leute, die wir haben, die müssen noch mehr leisten. Das setzt natürlich unter Druck, das ist ein Teufelskreis. Genau. Gut. Das einfach auch mal so ein bisschen als Inspiration. Stefan, darfst du zur nächsten Frage? Gut, und das finde ich auch spannend. Ich wundere, was ihr da auch dazu sagen. Okay, wir wissen alle, es gibt den Fachkräftemangel. Was glauben wir, werden wir den irgendwie lösen? Und vor allem, wenn? Ich glaube, auch da sind wir uns einig, das Thema, oder einig, die grosse Mehrheit. Das wird uns noch lange beschäftigen und wird auch die nächsten Jahre nicht einfach weg sein. Auf das kommen wir nachher auch noch. Stefan? Sehr gut. Und dann kommen wir auch ein bisschen zu dem Generationenthema. Das wird mir ja nachher auch beleuchten. Und auch da nimmt uns einmal Wunder, nehmt ihr überhaupt Generationenkonflikte wahr in eurem beruflichen Umfeld? Oder sagen wir, nein, das ist gar kein Thema bei uns. Gut. Also, auch da sehen wir, die grosse Mehrheit beantwortet das mit Ja. Also, auch da sehen wir, irgendwie kommt das Thema auf uns zu, mit diesen Generationen, mit neuen Wertvorstellungen, die wir auch lösen müssen als Unternehmen. Dann haben wir die zweite letzte Frage, wir haben den Ball geschafft. Wie machen sich die Generationenkonflikte bemerkbar? Was sind doch vielleicht die Schlagwörter, wo wir sagen, okay, anhand von dem merke ich das? Genau, die ganze Digitalisierung natürlich, auf das kommen wir auch. Verschiedene Werte, die Unverständnis auslösen. Sprachliche Themen. Auch spannend, das Thema Teilzeit. Also, ich glaube, wir sehen relativ schnell, das sind ganz, ganz komplexe Themen, ganz viele verschiedene Themen. Auch das lassen wir jetzt einfach einmal so stehen. Und dann die letzte Frage, eigentlich für uns fast die spannendste. Welche Frage möchten wir beantwortet haben? Heute, jetzt, mit dem, was der Steffen und Io hier erzählen. Vielleicht sagen wir auch, es gibt nichts gerade. Lösungsansätze. Alle, finde ich auch gut. Ist super anspruchsvoll in einer halben Stunde. Ideen, strategische Themen, gut. Wir lassen das mal so stehen und schauen, was wir dazu beitragen können. Und Stefan, jetzt darfst du wieder umschalten. Auf Präsentation. Gut, zum das Ganze einfach mal so auch verstehen, wieso reden wir über Fachkräftemangel, wieso reden wir über Generationen. Wir müssen vielleicht ganz kurz darauf eingehen, wie hat sich denn die Arbeitswelt verändert? In was für einer Arbeitswelt bewegen wir uns überhaupt? Und ich glaube, die kann man schon relativ klar charakterisieren. Ein Thema, das wir haben, ist, wir sind wahrscheinlich so komplex unterwegs und haben so hohe Anforderungen wie noch nie. Das hat ganz viel damit zu tun, dass die Digitalisierung uns fordert, dass sie Jobs komplexer macht und so weiter. Das Tempo ist extrem hoch geworden. Man muss extrem schnell reagieren. Das hat auch mit geopolitischen Situationen zu tun und so weiter. Wir müssen einfach schneller werden. Die Unsicherheit. Wir hatten eine Corona-Krise. Wir hatten teilweise Kliege in Gebieten, die sehr nahe sind. Wir müssen auch hier einfach extrem schnell unter Bedingungen entscheiden, die einfach gar nicht mehr so klar sind, wie es das vielleicht früher noch gewesen sind. Wir werden extrem unter Druck gesetzt, was Effizienz und Produktivität angeht. Ich glaube, an das merkt man. Es hat auch ganz viel mit der Digitalisierung zu tun. Die Konkurrenz ist heute eben nicht einfach nur noch der Laden aus dem Nachbiersdorf, sondern durch Digitalisierung kann ich eigentlich alles auch irgendwo aus dem asiatischen Raum aus Amerika und so weiter einkaufen. Und wir haben das ganz grosse Thema, dass wir einfach zu wenig Leute haben. Und das ist so ein bisschen die heutige Arbeitswelt. Und wir haben eigentlich einmal so eine Folie für uns erstellt, wo wir das ein bisschen für uns zusammenfassen und wie das Ganze wirkt. Und heute möchten wir vor allem auf zwei Themen eingehen, die ihr auf der rechten Seite seht. Weil ich aber produktiver wurde, das ist man schon immer. Also mit dem haben sich Unternehmer schon immer auseinandergesetzt und wie sie effizient Steigerungen anbringen. Was aber das erste Mal so ist, durch das es der Mensch halt wirklich die knappen Ressourcen wird und wir den Fachkräftemangel haben, müssen wir uns halt auf Smalla viel mehr mit den Generationen auseinandersetzen. Und wir müssen uns als Unternehmen überlegen, wie können wir auch attraktiver werden. Das heisst, die Digitalisierung, die jetzt kommt, ist eben neu, nicht mehr einfach nur dazu da, zum effizienter werden, produktiver, sondern sie ist auf Smalla dafür da, dass Unternehmen sich überlegen, wir werden ja auch attraktiver. Und darum möchten wir auf diese Themen eingehen. Aber zum Fachkräftemangel und Generationen und euch heute da einfach mal ein paar Punkte mitgeben. Wenn man den Fachkräftemangel verstehen möchte, dann denke ich, ist die Folie, die halt einfach ganz am Anfang steht und die auch für viele von euch nicht sehr neu ist. Das ist die demografische Pyramide, die wir haben in der Schweiz. Und wir haben einfach einmal oben eingeräumt, im roten Rechteck, die 15 Jahrgänge, die in den nächsten 15 Jahren ins Pensionsalter können und ohne die 15 Jahrgänge, die jetzt in Berufswell einsteigen wollen. Und man sieht, wir haben einfach nur schon mal zu wenige Leute, rein von der demografischen Struktur. Und das setzt uns natürlich extrem unter Druck, weil die Leute halt einfach fehlen. Und jetzt kann man sagen, ja gut, es gibt ja noch ein Ausland, es gibt auch noch Migrationsthemen und so. Klar, aber man muss davon ausgehen, auch in unseren Nachbarsländern sieht das nicht gross anders aus. Also das müssen wir uns da einfach bewusst sein. Das heisst, wir haben das Problem, es sind einfach schon zu wenige Leute da, die in den Arbeitsmarkt eintreten. Und dann gehört mir ja häufig, ja gut, das ist jetzt im Moment so, das geht vorbei und das ist auch eine von den Einstiegsfragen gewesen. Bis wann haben wir denn das Problem? Und das zeigt die Folie auf, ihr seht, wo wir stehen im 2023. Wir stehen im Moment bei einem Reproduktionsfaktor auf etwa 0,7. Das heisst, die Brotten, die in die Pension gehen, können sie eben auch. Das Ganze wird sich bis im 2030 noch verschlimmer, bis auf etwa 0,6 runter. Und an der Erholung, die nachher stattfindet, ist nicht wahnsinnig optimistisch stimmend. Das heisst, das Problem wird uns ganz sicher noch die nächsten 12, 15 Jahre beschäftigen. Und das müssen wir uns einfach bewusst sein. Und eigentlich, wenn man an das anschaut, kann man ja sagen, so gut wie die Situation heute ist, gute Nachführungs- und Schlusszeichen, wird sie die nächsten 10 Jahre nie mehr sein. Was reint der Anzahl an Leuten angeht. Dann, wir sind in der Ostschweiz, wir haben ein zusätzliches Problem. Jetzt haben wir gesehen, okay, es fehlen ganz viele Leute, weil es einfach geburtenschwache Orgen gegeben hat. Und jetzt, wenn man das noch anschaut, sehen wir, die Leute, die da sind, die gehen auch noch weg. Die gehen in städtische Gebiete. Vor allem gut ausgebildete Leute, also die Leute, die wir auch sagen, die werden wir brauchen. Wir haben den Braindrain, und das hat halt damit zu tun, dass wir die Universitäten und so weiter die Urbanisierung haben. Die Leute gehen in städtische Gebiete, das sieht man auch relativ klar. Die Ostschweiz ist ganz klar am stärksten von diesen Problemen betroffen. Das ist eine zusätzliche Herausforderung. Also zu wenige Leute, die wir haben, gehen dann auch noch weg. Schwierig. Wieso zeigen die Folien? Jetzt kann man sagen, das sind ja vor allem akademisierte Berufe, klar. Wir müssen uns aber bewusst werden, durch die ganzen industriellen Revolutionen, die wir gehabt haben, vorerst bis jetzt zur vierten, mit der Digitalisierung, sind Jobs immer komplexer geworden. Und das sehen wir ganz einfach. Ich mache immer das Beispiel mit dem Bauern, vor 500 Jahren. Ja, das war ein sehr strenger Job, ein sehr körperlicher Job, aber grundsätzlich hat man den machen können. Wenn ich schaue, was ein Bauer heute muss können, muss extrem viel Kompetenz haben, sehr gut ausgebildet sein. Und so ist eigentlich in jedem Job. Und ich denke, das merken auch wir alle, unsere Jobs werden anspruchsvoller. Und genau darum ist auch wichtig, dass wir auch gut ausgebildete Leute eben könnten in der Region behalten. Wenn man das also so ein bisschen zusammenfasst, dann haben wir im Optimalfall eine Nachfrage, eine Arbeitskräfte von Unternehmen und wir haben ein Angebot. Und ganz lange ist es immer so gewesen, dass das, das ist eine super Animation, dass das immer überlappend gewesen ist und sich das deckt hat. Perfekt. Jetzt haben wir aber das Problem, dass hinten die Nachfrage gesteigt. Weil es ist eine Fehlannahme, dass durch Digitalisierung Jobs wegfallen. Und wir wissen heute, es werden gewisse Jobs wegfallen. Vor allem Jobs, die nicht so viel Ausbildung brauchen, aber es werden oben ganz viele neue Jobs geschafft durch die Digitalisierung, die eben sehr, sehr hohe Ausbildungen brauchen. Das weiss man heute. Also es werden mehr Jobs, die nachgefragt werden. Auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, ein Angebot ein Arbeitskrecht, das halt einfach abnimmt. Das habe ich aufgezeigt. Wir haben zu wenig Leute, ja, wo nachkommen. Jetzt haben wir schon mal einen Gap, sprich, halt leider, ja, die Situation, das Unternehmen, die Leute nicht mehr finden. Das wird auch die höchsten zehn Jahre nicht anders. Das habe ich auch aufgezeigt. Und jetzt kommt noch mal ein Problem dazu. Nämlich, dass sich die Nachfrage, also die Leute, die nachgefragt werden auf dem Arbeitsmarkt, das verschiebt sich auch noch. Und das hat ganz viel, eben mit dem, was ich auch schon gesagt habe, wir haben durch Digitalisierung sehr viele Jobs, die anspruchsvoller werden. Das heisst, die Ausbildungen, die wir heute machen, ist nicht sicher, dass in zehn Jahren, dass noch die richtigen Ausbildungen sind für die Jobs, die es dann braucht. Und das wird die riesige Herausforderung für Unternehmen werden. Und auch für neue Unternehmen, dass man die Leute heute anfangen auszubilden kann. Und das wird man machen, dass die Leute auch in zehn Jahren richtig qualifiziert sind für die Jobs. Und das wird eine zusätzliche Herausforderung. Und wenn man jetzt schaut, wie gross die Schnittmenge eben noch ist, dann sehen wir, dass auf der einen Seite ganz, ganz viele Leute keinen Job mehr könnten haben, weil sie nicht mehr die richtigen Qualifikationen mitbringen. Und auf der anderen Seite wird es ganz viele Jobs geben, die eigentlich Unternehmer gerne würden besetzen, wo aber die Leute fehlen. Und das ist also betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich ein Problem. Und das ist einmal so ein bisschen der Input von uns gewesen zu dem ganzen Thema Fachkräftemangel. Ja, weil wir mit dem einfach auch aufzeigen, dass wir eins von den ganz zentralen Problemen werden für Unternehmen in Zukunft. Und jetzt, glaube ich, ah nein, ich habe noch eine Folie. Das ist auch ganz spannend, der Fachkräftemangel, der wird gemessen in den Saalen jedes Jahr von der volkswirtschaftlichen Beratung Basel. Und was man da auch sieht, ist die Entwicklung seit dem Jahr 2010. Wenn der Index 100 ist, heisst das, die Situation hat sich nicht verschlechtert seit dem Jahr 2010. Wenn wir jetzt mal schauen, dass Graubünden 162, auch die Ostschweizen 131, also die Situation hat sich massiv verschärft, nur in den letzten 10, 15 Jahren schon. Und wir haben gesehen, wo wir stehen, es wird also noch mal schlimmer werden. Einfach zum das auch noch in den Zahlen belegen und zusammenfassen, was ich da erzählt habe. Gut, das ist eins von den Themen von uns. Und den Steffen würde es übernehmen für den zweiten Teil. Der Fachkräftemangel, wo Pascal da gerade sehr eindrücklich aufgezeigt hat, warum der so ist, wie der Stand kommt, der ist auch eigentlich einer von den Hauptgründen, warum das Thema Generationen und Wert aktuell so fest thematisiert wird und warum man überhaupt über das redet. Weil es ist ja klar, wenn man zu wenige Leute hat, wo man ja schaut, dass man die Neuen, die Jungen mit dem Board kriegt. Gleichzeitig ist es aber dann auch wichtig, dass man die Alten nicht vergisst. Und genau auf das müssen wir jetzt ein bisschen eingehen, weil das ist ein Thema, das beschäftigt. Das ist ein Thema, wir hören es momentan viel, wir lesen viel davon in den Medien. Man liest sehr wenig Sachliches darüber. Einerseits gibt es Generation Z, die sich sehr viel zutraut, die sehr mutig auftritt, die sehr selbstbewusst auftritt. Und logischerweise stossen es mit dem vielleicht auch erfahrener, älteren Leuten ein bisschen vor den Kopf. Und die denken dann vielleicht auch, dass man vielleicht mit 20, 25 noch nicht ganz alles kann. Und das sind wirklich meistens Diskussionen, die sehr emotional geführt werden. Und wir möchten das jetzt ein bisschen objektiver angehen, ein bisschen aufzeigen, was es mit den Generationen genauso ist. Und, was für Fakten uns da auch noch begleiten. Also, die Ausgangslage ist die, wir haben aktuell vier Generationen im Arbeitsmarkt und wir haben dort Verteilung mitgebracht. Und wenn man mal die Säule anschaut, sieht man recht schnell, dass ziemlich genau die Hälfte der Leute, die heute im Arbeitsmarkt tätig sind, von den beiden älteren Generationen, also der Babyboomer und der Generation X ist und die andere Hälfte von den beiden jüngeren Generationen, also Y und Z. Und das heisst ja eigentlich, dass wir alle vier Generationen brauchen, dass die eigentlich alle sehr stark vertreten sind. Und wenn wir nachher Massnahmen haben, die wir nur auf eine Generation Z ausrichten, dann vergessen wir natürlich die Alten. Und wenn wir immer nur bei dem bleiben, wo wir immer schon so gemacht haben, dann holen wir den Jungen nicht ab. Und das Schöne daran ist ja, die Generation Z fordert eigentlich sehr viel ein, ist sehr selbstbewusst, gerade auch in Bezug auf die Flexibilisierung und so weiter. Aber die Ansätze, die häufig von ihnen gefordert werden, aber nicht nur, sind ja auch für Leute jeglichen Alters eigentlich sehr spannend. Und darum ist es wichtig, dass man den Dialog sucht und irgendwie die Transformation anschafft und die Einbindung von allen vier Generationen. Weil das ist sicher für alle sinnvoll. Aber jetzt möchten wir mal noch ein bisschen bei diesen vier Generationen tiefen gehen. Einfach, aus einem einfachen Grund, dass man das ein bisschen versteht. Wir müssen uns auch mal, vielleicht auch wir Jungen vor Augen führen, was ältere Leute schon erlebt haben, wie die aufgewachsen sind, wie die geprägt worden sind. Andererseits ist für Alte eben auch extrem spannend zu hören. Wie vielleicht die Junge aufgewachsen sind, wie man das selber mitkriegt. Aber wenn man einfach diese Vergleiche vor Augen führt, ist das häufig schon recht spannend und coole Basis für den Dialog. Wenn wir einfach mal die vier Generationen im Detail schauen, wenn wir uns mal überlegen, was geschichtlich noch schon ging, seit der Zeit, in der Babyboomer aufgewachsen sind. Die haben den Kalten Krieg aus nächster Neue erlebt. Viele, je nachdem, wo man aufgewachsen ist, haben wir auch die Nachwirkungen vom Zweiten Weltkrieg mitgekriegt. Und dann haben wir die ganzen Wirtschaftswunder mitgemacht. Für Generation X und Y ist das schon ein bisschen normaler gewesen. Es ist grundsätzlich eigentlich immer bergauf gegangen. Es ist gut gewesen. Es ist vielleicht mit dem Maurfall und so weiter dann auch sehr viele Gründe zum optimistisch sein. Und irgendwie hat dann im Gegensatz dazu, hat Generation Z dann auf einmal wieder so ein bisschen Kontrast erlebt, dass man halt trotz dem Maurfall, trotz der Globalisierung und so weiter wieder in eine andere Richtung geht. Mit geopolitischen Konflikten, mit einer Erderwärmung, das heisst, es sind eigentlich oftmals wieder sehr viele Herausforderungen, die die Generation erlebt, wo sie vielleicht das Gefühl hat, das müssen wir irgendwie lösen. Und das sind eigentlich sehr unterschiedliche Umfelder zum Aufwachsen. Das kann man natürlich in allen Feldern durchzeichen. In der Technik ist es so, dass sehr viel gegangen ist, auch kulturell. Während bei den Babyboomern sind sehr viele von ihnen in einer heilen Familienwelt aufgewachsen. Mit Vater, Mutter, Mutter, die zusammengeblieben sind, ein paar Geschwisterte. Das hat sich dann laufend verändert. Es hat vielleicht ein Zunahm gegeben, Entscheidungen, Leute sind allein aufgewachsen, Leute waren allein zu Hause, viel mehr auf sich allein gestellt. Vielleicht auch mal allein nach Hause gekommen, das sind dann eben die Schlüsselkindern. das ist dazu gegangen, dass das Kind immer mehr ins Zentrum gestellt worden ist, bis wir jetzt von den Helikopter-Eltern reden, die sehr stark um viele Kinder schauen, die sie sehr stark bemutern oder bevattern. Das ist auch noch mal etwas sehr anderes, wenn wir denken, wie man aufgewachsen ist. Das erklärt auch, dass man gewisse andere Werte, andere Ziele hat. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, das ist natürlich nicht verallgemeinernd, aber es kann sehr häufig eine Erklärung sein. Das heisst ja nicht, dass alle von Generation Z genau gleich sind, es sind auch nicht alle Babyboomer genau gleich, aber häufig ist eine spannende Diskussionsgrundlage und eine Erklärung für gewisse Sachen oder für gewisse Verhaltensweisen. Ich glaube, allzu fest in Tiefen wollen wir auch nicht mehr. Es war sicher auch so, dass sich das auch auf das Arbeitsleben ausgewirkt hat. Das heisst, während Babyboomer noch sehr auf die Kontinuität gesetzt haben, auf die Sicherheit, auf die Karriere im gleichen Unternehmen, auch auf das Eigenheim, wo man sich angespart hat, wirklich auf die Sicherheit, Kontinuität, hat sich das auch ein bisschen verändert, indem die Generation X auf das Mal die Bindungen aus Unternehmen wegfallen, ist, dass man hauptsächlich Karriere machen wollte. In der Generation Y ist die Freiheit, Flexibilität wichtiger geworden. Lustigerweise hat es in der Generation Z recht unterschiedlich, aber häufig denkt man, die wollen alles und Flexibilität und keine Grenzen. Aber in Irnisswie ist dort auch wieder Sicherheit die vorankommt oder in dem Umfeld, das von dieser Unsicherheit geprägt. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist die Digitalisierung. Wenn man sich das mal vor Augen führen, wir haben das erlebt mit Corona, hat es bei vielen Unternehmen vom einen Tag und anderen geheißen, jetzt geht ihr ins Homeoffice, hier in eurem Laptop. Wenn man sich mal überlegt, das ist natürlich überhaupt nicht für alle so, aber wenn es mal um das Verständnis geht, ist es natürlich so, dass Verteilen, die ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel aufgewachsen sind, die in ihrer Jugend gar nichts so hatten, dass es für die ein ganz anderes erleben ist, als für Leute, die mit einem Smartphone aufgewachsen sind, wo völlig klar ist, dass alles jederzeit in der Cloud ist, oder es sind schon mal ganz andere Voraussetzungen, das ist etwas, was man sich auch bewusst sein muss. Ich denke, das immer, wenn ich meinen Papa am Smartphone sehe, der hat es immer noch nicht wirklich gelernt, aber ja, das ist wohl einfach etwas, wo man sich im Kopf behalten muss. Genau das mit Gemeinschaft ist natürlich auch so, wir haben es gesagt, die Welt wird immer grösser, wenn man vielleicht früher noch beim Bauern im Dorf Milch geholt hat, fliegt man heute mit 20 rund um die Welt. Das ist auch etwas, wo natürlich ganz anders bildet, ganz anders sich auswirkt, was natürlich auch möglich ist durch all die Möglichkeiten im Internet, dass man sich nicht global vernetzt, dass man online spielt, mit Leuten rund um ein Globus und das ist natürlich auch völlig unvorstellbar für jemanden, der in einer Generation Babyboomer aufgewachsen ist. Dass man das selber so erlebt. Was dann häufig alles kommt auf das zurück, wo auch Konflikte entstehen, am Arbeitsplatz oder die Einstellung vor Arbeit. Man sagt häufig, Generation Z faul oder Rosinenpicker oder naiv oder so. und gleichzeitig denkt man vielleicht Generation Z ja gut, die Alten sind stur und porniert und machen alles, wenn man es vor 50 Jahren gemacht hat. Und das liegt genau an dieser Einstellung zum arbeiten, wie man geprägt worden ist. Logisch ist das nicht bei allen konstant, das ist stark schubladisiert, aber tendenziell ist es sicher so, dass eine Loyalität bei den älteren Leuten gegenüber einem Unternehmen viel mehr vorhanden ist. Dort stand das Leben zum Arbeiten im Fokus. Man war froh, dass seine Ruhe nach dem Krieg vorwärts ging, dass man die Welt aufbauen konnte. Generation X hat gedacht, dass arbeiten ist ein recht, aber eigentlich will ich arbeiten, damit ich leben kann. Bei Generation Y kam Arbeit und Leben verbinden. Das Work-Life Blending ist vielleicht mal am Morgen zum Coiffeur und dafür hat man am Abend noch Mails gemacht. Bei Generation Z hat sich lustigerweise auch wieder eine andere Richtung bewegt, dass man wieder eine ganz klare Training will zwischen Arbeiten und Freizeit. Dass Arbeiten ist sicher ein wichtiger Teil des Lebens, aber dass man auch die Momente will, in denen man sich nicht mehr mit dem Job auseinandersetzen muss. Gleichzeitig ist es natürlich auch in Identifikation ein bisschen so, dass einem der Job wichtig ist, dass er etwas aussieht, aber dass man sich über viel mehr definiert, über ein Hobby, über einen Bekanntenkreis als nur über einen Job. Und das sind natürlich eben genau die Einstellungen, die dann im Alltag auch zu Konflikten führen können. Und darum ist es häufig eben auch so, dass wir etwas über den Fachkräftemangel gehört, wir haben etwas über Generationen gehört, und das ist ein guter Recht, aber wichtig ist, was man jetzt damit anfängt, wie gehen wir jetzt weiter. Und da müssen wir euch leider enttäuschen, wir haben leider keine Patentlösung dabei, aber es sind ganz sicher die richtigen Themen, die wir jetzt aufgezeigt haben, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Aber wenn wir auch wirklich eine Patentlösung hätten, wären wir jetzt wahrscheinlich eher so in den Ferien und nicht da am Zeug erzählen. Weil am Schluss fängt die Arbeit halt wirklich bei jedem und jeder selber an und den Weg muss jeder und jeder selber gehen. Aber wir haben die möglichen Ansätze, die Unternehmen, vielleicht auch junge Unternehmen, die einen Vorteil haben, weil sie jung und flexibel sind und alles neu gestalten können, die sie mitnehmen. Wichtig ist sicher, dass man das etabliert Unternehmen gewisse Prozesse neu denkt, dass man sich überlegt, wenn man von Flexibilisierung redet, was heisst das jetzt? Weil häufig kann man nur flexibilisieren, wenn man seine Arbeit neu einteilt. Gerade zum Beispiel bei Prüf, wo Präsenz nötig ist, wo man sich ganz viele Gedanken machen kann, wie plane meine Arbeitsschritte, ist es wirklich nötig? Dass der Prozessschritt von morgen bis nachdenken, das ist ganz wichtig, weil häufig denkt man bei Flexibilisierung, ja gut, das geht nicht, weil wir dann und dann brauchen wir jemanden. Aber der zweite Schritt, dass man über Prozesse nachdenken muss, der fehlt häufig. Was auch ganz wichtig ist, dass man eben wirklich weiterkommen kann, und das ist auch für junge Unternehmen extrem wichtig, dass man sich Gedanken macht über die Kultur, wie gehen wir miteinander um, wie schaffen wir in diesem Umfeld und was ist uns wichtig, oder wie wir einen Arbeitsalltag gestalten. Und das ist etwas, das wir ganz häufig in grösseren Unternehmen unterstreichen wollen, einfach aus einem einfachen Grund. Häufig sagt man, da muss etwas von Management, da muss etwas von irgendjemandem, dass wir die Kultur herkriegen, dass wir einen Schritt in die neue Arbeitswelt machen, aber jede und jeder, der seinen Arbeitstag selber gestaltet, weiss, dass er oder sie auch einen gewissen Einfluss hat, auf das, wie die Arbeit gelebt wird. Und gerade Führungspersonen haben da noch viel grösseren Einfluss. Und darum ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle und mit sich selber auch extrem wichtig. Und das ist auch etwas, was jeder von heute auf morgen machen kann. Und das ist vielleicht noch etwas, was Pascal am Anfang gesagt hat, oder durch den Fachkräftemangel, oder den Arbeitskräftemangel, ist es ganz wichtig, dass man anfängt, und das ist vielleicht auch noch schwierig, weil man das lange nicht gemacht hat, dass man anfängt, den Fokus auf die Mitarbeitenden zu legen. Oder dass man merkt, die Mitarbeitenden sind das Gute, das am Schluss meinen Erfolg ausmacht. Und es ist immer weniger in einem Absatz, was kann ich verkaufen, sondern es ist viel mehr, was kann ich produzieren, was kann ich liefern. Und darum werden die Mitarbeitenden immer wichtiger. Und das alles kommt natürlich nicht von selber, niemand geht von allein in die neue Arbeitswelt. Darum ist es extrem wichtig, dass man die nötigen Ressourcen für Innovationen hat. Genau, das wäre es mal vor Seiten von Pascal und von mir. Falls ihr noch Fragen zu so einem Thema gerne und sonst würde Silvie weitermachen. Und dann machen wir weiter mit der Podiumsdiskussion. Und zwar geht es darum, dass wir das Zusammenspiel Kooperationen von Wirtschaft und Politik anschauen. und was politische Entscheide, das wissen wir alle, dass politische Entscheide einen direkten Einfluss haben auf unser Unternehmertum. Also was wir erwirtschaften wollen, was wir für Möglichkeiten haben mit dem Geschäft, hat vielfach auch einen Einfluss, wie in der Politik auch entschieden wird. Und jetzt wenn wir ein bisschen her schauen, wie ein Brücken bauen werden zwischen Politik und Wirtschaft, wo bestimmt bereits Brücken und führt aus Diskussion Mario Schneider. Er ist Co-Präsident des Rheitaler Gründernetzwerks und auch der Organisator des heutigen Eventes. Also dank ihm sind wir auch heute hier. Und als Gast haben wir die Ehre, dass wir den Rolf Pfeiffer bei uns haben. Er ist der neue Stadtpräsident von Buchs, ehemaliger Präsident von Wirtschaft Buchs und bringt Erfahrungen mit von beiden Seiten, Wirtschaft und Politik. Und darum gebe ich jetzt die Bühne frei und freue mich auf Diskussion. Wie siehst du den aktuellen Stand der Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft in der Region allgemein gesehen? Ja, zuerst einmal heu miteinander schön sind ihr hier zu Buchs bei uns. Also vom Wetter her ist überhaupt kein Problem für mich, weil ihr gesehen da aus dieser Location aus einer der schönsten Flecken mit unseren Nachbauen zusammen natürlich wo wir eine Region haben. Ihr seht aber auch hier mitten draussen wo wir gerade jetzt sind die Industrie also der Puls quasi viele Kunden auch von euch oder respektiv umgekehrt ihr vielleicht auch Kunden sind von der ganzen Sache Mario hat es so schön gesagt am Anfang bringst du Erfahrung mit von Beidem ich will da jetzt wirklich nicht gelaufen ich bin seit dem 1. März in der Funktion als Stadtpräsident ich habe nirgends das Buch aufgetrieben wie werde ich Stadtpräsident oder was macht man da so das ist am 1. März los gegangen und täglich wachsender Erfahrungsschatz der Vorteil von Beidem muss ich sagen ist dass ich über 20 jahre selbstständig war sehr viele Mitarbeiter auch führen eine Firma aufbauen mit meinen zwei Partner und da hat es vieles darunter wo ich so greifen und dann ist für mich klar wie wir es machen oder und jetzt von den Punkten weg wo wir sagen ist klar und nachher dann Politik Verwaltung wenn alles losgeht ist dann mal da muss man noch mal eine Kurve machen da muss man noch mal rundherum fahren oder braucht es noch Beschluss und 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 das ist manchmal vielleicht in dieser Schnittstelle die grösste Herausforderung Zusammenarbeit grundsätzlich mit der Wirtschaft ist für mich als Person relativ einfach wie ihr schon gehört in meinem frühen Leben sage jetzt unter anderem gewerbepräsident sein auch sehr innovativ über die ganze region dran war und da ist es natürlich einfach mit dem netzwerk wo ich mir aufbauen konnte darum bin ich heute da weil wir uns auch kennengelernt haben und ich konnte Mario überzeugen dass er unbedingt Wirtschaft Buch Mitglied werden weil es wichtig ist wenn er im kleinen Gewerbeverein dabei ist dann machst du irgendwann weitere Schritte und ich glaube das erlebst du täglich auch das passiert auch so das ist wichtig und das macht mir von der neuen Funktion her jetzt viele Türen offen und ich schnell reinkam und Patrick der Generalagent der Mobiliar für mich überhaupt kein Thema oder weiss ja nur schnell mit ihm reden komm das könnte man so machen funktioniert ganz ein lustiges Beispiel ich habe unter anderem hundert anderen Kommission auch einen Sitz in der Baukommission und da sind alle am Tisch gehockt und haben gesagt jetzt haben wir mit allen geredet an dieser Strasse wie wir das Konzept umsetzen ausser mit dem Herr XY noch nicht boah könnte der überhaupt dort schwer oder und dann habe ich entspannt dort gesitzen und können sagen soll wir jetzt anrufen oder soll ich noch warten bis wir fertig sind und da habe ich eigentlich nachher etwas Gutes zusammenbringen dass wir Leute die Entscheidungen treffen mussten umsetzungen antreiben aus der Verwaltung oder Rathaus oder von Amtsstellen her mit dieser Person zusammenbringen und erklären worum es geht und vorgestern habe ich nebenbei die Rückmeldung bekommen dass Herr XY sehr beeindruckt ist vom Auftritt der Stadt der Kompetenz aber auch vom Vorschlag den wir machen den wir bringen und dann wieder mit ihm zusammen und so funktioniert es und das habe ich mitgenommen von den zwei Vorrednern von vorher das mit dem Verständnis schaffen das ist glaube ich schon wichtig und zwar die Z-Generation wo zum Beispiel gerade meine zwei Kinder hinten sind die ähnliches Verhalten einen Tag klicken wie da aufgezeigt worden ist und dann die X-Generation wo ich anscheinend da hinten bin festgestellt dass man vielleicht einmal retour geht und unseren Knopf schnell vor Augen führen nicht besser wissend sondern fair aufzeigend und im anständigen Umgang Komfort führen und sagen hey wieso ist es denn so wieso tickt mein Papa so wieso meine Mama wieso funktioniert das mein Götti habe ich nie gesehen der macht nur immer das und das und die andere Seiten aber wieder retur kommt du bist ja nie rum das Verständnis wenn wir das herbringen auch retur zu reflektieren nicht nur die Z-Generation U ich frage mich immer was nach dem Z kommt also nächstes Buchstaben geht hoffentlich weiter Alpha geht weiter Glück das bringt es dann nachher im Zusammenspiel Gut dann kommen wir zur nächsten Frage Welche Kooperationen zu lokalen Partnern sind wichtig und allgemein wie wichtig ist das für die Stadt um Kooperationen eingehen mit kleinen Unternehmen oder auch grösseren Ich weiss nicht ob Kooperationen in dem Fall das richtig ist Es ist natürlich immer die Herausforderung wir vergeben auch Arbeit sehr viel Wir haben Infrastrukturbauten und Unterhaltserbauten die gemacht werden Es ist so nur ein von den Unternehmer den Zuschlag bekommen viel Mal sagt man es ist nur der günstigste das stimmt wobei ich auch schon feststellen gerade in den Verfahren man schaut nicht nur auf den Preis schaue man schaut mit wie die Firma kann die das überhaupt haben sie gewisse Referenzen dazu haben sie schon mal irgendetwas gemacht in der Form was haben es für eine Grösse vor allem ich als Stadtpräsident schaue zuerst wo sind die überhaupt zuhause kann man es überhaupt lösen auf unserem Platz kann man auch nicht alles und ich glaube dann ist es wichtig dass wir die Vergaben oder die Kooperationen auch regional bleiben also das heisst zuerst die Kumpbus das gebe zu das würde ich gerne am liebsten festigen aber wenn wir das nicht lösen dann nehmen wir den grösseren Kreis und den grösseren Kreis und da sitzen wir glaube es gleich unter der richtige Location für das anzusprechen also wenn wir jetzt mal nur schnell rundum schauen wir sehen unternehmen Gams Aynsenwald US Evala Wartau und für Buchs natürlich auch ganz wichtig die andere Seite vom Rhein also das Lichter Stein und das ist irgendwo dann nicht nur Buchs und das da sondern es ist nachher alles glaube ich ein bisschen über den Tellerrand ausser geschaut und das ist einfach in meinen Augen sehr sehr wichtig dass man das bewusst einschärfen dass es daumen an gute Leute hat und es ist mal irgendwann der Satz noch gefallen zum Schauen dass man diese Fachkräfte in der Region halten das ist relativ einfach die Erfahrung zeigt so dass viele die weg gehen das ist auch richtig wenn man nach Lehrjahr auf seine Wanderjahre geht aber es zeigt so dass viele wieder retour kommen und da spielt dann die Balance auch wieder etwas drin die eine schöne Ecke ist eine ländliche Ecke aber eine entwickelnde Ecke und da hast vieles und das ist unbezahlbar das kann man ja gerne nicht das haben ja in mir erschaffen das ist einfach so dass es so schön ist ja das ist ein guter Punkt dass wir die Veranstaltungen machen die rundherum siehst zu allen Nachbarn siehst fast jede Firma von oben und du hast vorher schon angetan wie wir privat geredet haben wegen Kooperationen gute Beispiele du hast vorher auch Mobiliar direkt noch kurz angesprochen gehabt dann siehst du noch ein Beispiel einer guten Kooperation mit einem lokalen Unternehmen ja da gibt es eigentlich noch mehrere die wollen jetzt aber nicht aufzählen sondern das passiert bei uns tagtäglich zum Beispiel heute Morgen hat in der Besprechung mit meinem Bauamtschef gesagt wir sollten noch das und das und das haben und ich gesagt dann gehst du zum und zum Seben dann kann das nämlich und und eben Geschäft oder Kooperation ist eigentlich egal ich denke wichtig ist dass wir wissen was kommt und das so zeigen was man kann und dann so so leben man kann nicht immer alles nur auf dem Platz lösen es braucht manchmal auch zürich orientierte Leute hat auch freundliche nette fähige Leute überhaupt kein Problem es gibt auch noch einen grösseren Fokus aber ja das ist so ich glaube dass wenn man das so anwenden also im ganz kleinen mittragen und nachher eine Aussage was man nicht kann oder uns die Erfahrung geholt und dann spielen so Kooperationen und jetzt darf ich vielleicht noch schnell auf etwas herkommen ganz am Anfang zu meinem neuen Job als Stadtpräsident mal euch vorstellen früher bin ich Unternehmer und das sehr gerne gemacht hat riesig Spass gemacht und war genau in dem Segment unterwegs war in ich unterwegs war und dort haben wir glaube so einen schlechten Job nicht gemacht und jetzt bin ich in totalen neuen Umfeld hin macht riesig Spass super Team zur Seite aber jetzt auch wieder alle Generationen sind bei mir auf dem Radar ich habe noch die ganz ältesten die ihre anspräche und ihre bedürfnisse und mit spitex und gesundheitswesen was Kostentreiber ist, alles ob man schaut, dass das so richtig kommt und die richtigen Dinge kriegt. Wir haben aber auch die ganz Jungen wieder, wo wir Bildungsstandorte haben, wo wir das Buch sowieso hervorragend positioniert sind mit BCPS und International School mit Smartfeld, das wir gerne lancieren würden mit dem Hightech Campus Buchs, also total der komplette Querschnitt und das ist in dem Ding jetzt wirklich eine einmalige Sache, muss ich sagen. Da muss eben viele Kooperationen einbauen. Genau, ja. Jetzt vielleicht auch mal anders gesehen, wo gibt es Hindernisse in der Zusammenarbeit? Gibt es da vielleicht gute Beispiele dazu oder eben nicht gute Beispiele? Und vielleicht hast du schon Erfahrungen gemacht, wie so Hindernisse auch überwunden werden können. Du darfst ruhig ehrlich sein, da habe ich gesagt, was ist denn das für eine Frage? Hindernisse, die gibt es gerne nicht, sondern die machen wir einfach, die lösen. Also nicht Hindernisse, sondern wir kommen gleich mit der Lösung und dann das aus dem Weg rum. Also es gibt für irgendetwas, wo vielleicht am Anfang vor einem steht, gibt es ganz sicher irgendeine Lösung. Und das bringen wir auch viel weiter und platziere ich jetzt von meiner Seite her sowieso. Es ist wohl schön, wenn ich weiss, wie es das Problem ist oder was das Problem wäre. Aber ich hätte eigentlich viel lieber, wenn der entsprechende Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hier nach ihm würde sagen, das wäre ein falsches Problem. Aber das oder das könnte aus meiner Sicht die Lösung sein. Und dann sind wir nämlich cool unterwegs, wenn wir eben nicht nur immer mit dem Finger zeigen und auf irgendeinen, so geht es dann nicht oder das ist dann falsch. Sondern dann kommt und sagt, hey, das ist nicht ganz okay oder so, aber, und jetzt komme ich mit dem aber, man könnte vielleicht das so machen oder so. Und dann stehen wir natürlich ab und zu wieder auf eine andere Ecke an, wo, ja, es geht dann immer um einen Stutz und darum herum. Also kann man es realisieren, kann man es machen. Dann müssen wir wieder abwägen. Die eine Bürgerschaft ist dafür, die andere ist dagegen. Es gibt dann auch die Abstimmungen. Es ist aber auch gut, dass es so Abstimmungen gibt, weil ich glaube, in all den Ländern, in denen wir uns vorgeführt werden dürfen, in denen wir nicht die Demokratie leben, wie wir es kennen, ist das Leben nicht ganz so lustig. Darum haben wir hier eine recht hohe Flughöhe. Ja, da geht es uns eigentlich auch gut, dass wir gut mitreden können. Es ist nicht überall in den anderen Ländern auch gleich. Wie können wir als Gründer, das sind jetzt sehr viele junge Gründer, auch bestehende Unternehmen schon dabei, wie können wir als Gründer an politische Entscheidungen beitragen? Und gibt es da Plattformen dafür, wo man sich beteiligen kann? Also zum Beitragen ist es recht einfach gesagt. Jeder von uns hat die Freiheit, dass er wählen darf. Und wenn er nicht wählen geht, dann muss er einfach das annehmen, was dann auch dabei herauskommt. Und ich weiss, ich bin jetzt auch nicht, und in jungen Jahren auch nicht der absolute Wahlgänger gewesen von dem her. Und trotzdem hat es ihm wieder eine Abstimmung gegeben. Wenn ich jetzt zurückdenke an EWR, hätte man müssen abstimmen. Ein schweizweit bekannter Politiker hätte dann auch recht mehr Bekanntheit errungen. Es hätte auch andere Gruppierungen gegeben. Also einfach gesagt, wenn er nicht von dem Recht Gebrauch machen, um wählen zu gehen, dann sind er ganz einfach selber schuld. Und das ist eigentlich schon mal der erste Beitrag, den man dazu mitbringen kann. Dann ist es so, dass heute ist natürlich die ganze Digitalisierung vorangeschritten. Wir zum Beispiel in der Stadt Buchs haben die E-Mitwirkung. Das heisst, wenn wir dann noch Projekte oder ein Sachgeschäft auflegen lassen, wo man Einsprache machen kann oder wo man die Meinung abgeben kann, kann man auf die E-Plattform gehen und kann dort eigentlich recht einfach hier schreiben, was einem nicht passt. Dann kommt das an einer zentralen Stelle zusammen. Es wird dort nicht ausgewertet und auch nicht irgendwo kategorisiert oder kategorisiert, sondern es wird ernsthaft angeschaut. Und man bemüht sich dann auch, entsprechende Antworten zurückzugehen. Logischerweise wird nicht jeder die richtige Antwort bekommen, die er am liebsten hören würde. Aber man hat immerhin die Möglichkeit, das einfach zu platzieren. Und gerade mit dieser E-Mitwirkung, glaube ich, sind wir richtig unterwegs, dass man mit wenigen Worten beitragen kann. Und eben da auch wieder auf etwas von vorher, quasi auch mit dem Lösungsansatz kommen. Nicht nur immer wieder, das ist ein Projekt, das gefällt mir gar nicht. Ja, gar nicht, nützt mir zu wenig, oder? Wird das schon viel genutzt oder eher noch zu wenig? Das wird mittlerweile sehr viel genutzt. Überraschenderweise von der Generation, jetzt hätte ich wieder zurück schauen müssen. Also gerne an die vor mir. Genau, Baby-Boomers, die haben nämlich mit noch Zeit, um sich mit dem auseinandersetzen. Sie bringen natürlich auch den Rucksack mit. Und das ist dann wieder das Coole daran, mit dieser jahrelangen Erfahrung, die sie hier in ihrem Leben gemacht haben, in ihrem Arbeitsleben, in dem Ding da, wo kannst du rumtrücken, wo das geht, was ist jetzt wieder los? Einfach diese Wege, um das mitzugehen. Das ist cool, wenn sich solche Leute einbringen. Aber es ist natürlich auch da für die Jungen. Und wir merken das so, dass es auch jüngere Mitbürgerinnen und Mitbürger hat, die einfach ihren Kommentar platzieren oder ihr Anliegen. Und dann nachher kann man das auch anschauen zur selben Sachen. Das ist in meinen Augen einfach nur fair und gut. Dann kommen wir noch zur nächsten Frage. Gibt es Treffen oder Veranstaltungen, die so ein Austausch stattfinden? Ich meine, da haben wir jetzt einen Austausch einfach überall allgemein. Aber gibt es da konkrete Beispiele? Ja, es ist für mich relativ einfach. Eben als ehemaliger Wirtschaftspräsident bin ich natürlich auch mit meiner Nachfolgerin, der Silvia, der da vorne auch einen Einsatz hat. Ein rege Austausch. Wir hatten früher immer so eine Wirtschaftszeneunie, haben wir dem Ding gesagt, mit meinem Vorgänger zusammen. Den haben wir jetzt schnell ausgesetzt. Einfach durch den Grund der Aktualität der Amtsübernahme. Ich wusste jetzt auch nicht, wo ich das noch einordnen soll. Aber wir haben heute Abend schon im Vorfeld abgemacht, dass wir heute ganz sicher noch für die Mitglieder Fässer- und Gewerbvereine so eine Wirtschaftszeneunie wieder machen. Wo ich aber eigentlich anders gestalten will, wo ich jetzt eigentlich wirklich explizit in die Wirtschaft eintauche. Also wir hier auf dem Platz Buchs machen das, das weiss ich. Aber auch Einsätze in der Region Serganserland-Werdenberg. Und auch dort sind wir mittlerweile stark an Projekten dran, wo wir mit der Wirtschaft wirklich konkret zusammen, aktuelles Beispiel, wir versuchen hier ein Smartfeld aufzubauen auf dem Markt. auf dem Platz Buchs, der nicht nur für Buchs ist, sondern für die ganze Region, für das ganze Drumherum. Und dann musst du eigentlich die mit der Wirtschaft treffen. Also ich habe zum Beispiel am Mittwochern, am Freitagnachmittag, ein grösseres Unternehmen hier in Buchs besuchen. Bezusein kann ich den Chef dort schon lange. Aber dieser Austausch ist extrem wichtig. Und das muss auch im Kleinen funktionieren, bei uns aber nachher, und in einen grösseren Rahmen hin, wo es mehr Leute hat. Und eines von diesen Treffen ist auch hier. Genau, da merkt man auch wieder, wie wichtig das Netzwerk ist. Dann, passend zu der Frage, welche Rolle spielen so Vereine, wie zum Beispiel Wirtschaft Buchs oder unser Vereins Reintal, der Gründernetzwerk, erstens für die Wirtschaft in der Region und zweitens, wie sieht das aus der Sicht der Politik aus? Also grundsätzlich wichtig sind sie, ist jeder Verein, ob es wirtschaftlich oder kulturell organisiert ist, ist nicht einmal so matchentscheidend, sondern wichtig ist ja, dass man zusammenkommt und miteinander einen Tisch hockt und Projekte probiert zu stemmen oder anzustoßen, Ideen umzusetzen. Also das ist sicher etwas Wichtiges. Ich glaube, das Allerwichtigste, und jetzt auch, ihr seid ja eher noch ein jüngerer Verein, wenn ich das so angeschaut habe, ist, dass die Idee nicht, puh, ja, nächstes Jahr auch, nein, das war langweilig, das letzte Mal, dann hat der Stadtpräsident ein wenig Quatsch mit und dann hat es nicht einmal einen gescheidenen Abbruch gegeben und so. Sondern nein, es muss so sein, dass es eben weiter fliegt und weiter fliegt und je länger, dass wir zu dem Baby jetzt und dem sind, wo ein wenig Acht gibt und aufpasst, dann entsteht dann irgendwann immer mehr und mehr. Und ich durfte das wirklich live miterleben, auch im Aufbau von Wirtschaft Buchs. Das war früher einfach der Gewerbverein und wir haben dann neue Facetten dazu genommen, wie zum Beispiel der Detailhandel oder die Bildung. Und darum haben wir uns umbenamselt auf Wirtschaft Buchs und konnte nachher auch zuschauen, wie das einfach gewachsen ist, wie die Mitglieder mehr gekommen sind, weil die Anlässen immer nicht professionell, aber einfach interessanter worden sind, wie das Ideenreichtum eingebracht worden ist, von und so könnten wir nicht einmal sehen, wie wäre es einmal, wenn ihr bei uns vorbeikommen oder so. Und wenn man sich die Zeit nimmt und da so langsam wachst, dann ist der Verein in meinen Augen richtig unterwegs. Für die Politik, von der selben Seite her, ist es einfach cool, wenn du bei dir in der Stadt oder in der Gemeinde hinten genau weisst, aha, ich kann dort und dort anrufen und dann kann ich vieles schon platzieren oder es ist deponiert und es gibt so Vereinigungen. Ich weiss, es ist nicht jeder Gewerbverein vielleicht gleich stark immer aufgestellt oder es ist auch nicht immer so attraktiv zum dort Mitglied zu sein, aber grundsätzlich, wenn man so schwer hat, von der einen Seite vom Tisch, dann tut man sich einfach dringend und weiss, es kommt, das matchst du dann schon. Super, danke schön. Dann noch eine persönliche Frage, was willst du gerne den Teilnehmern des Gründerforums mitgeben? Gibt es da etwas, was gerne noch loswerden würdest? Ja, in der Corona-Zeit wäre es einfach gewesen, dann hätte ich gesagt, bleibend gesund, also das möchte ich sowieso mitgeben, das möchte ich sagen. Bleiben noch gesund, behaltende Energie, also ich weiss ja nicht, wer von euch da jetzt wirklich erst neu angefangen hat oder so, aber bleiben dran, ich kann es einfach aus meiner Zeit sagen, je länger sie dran sind, und es gibt ja auch die goldigen Seiten und dann gibt es ab und zu mal eine Seite, die vielleicht weniger schön ist oder einen Augenblick, die braucht so, das bringt Erfahrung nachher, das schärft eigentlich auch das Bauchgefühl vor allem und der Beblick für anderes. Und wenn ihr an eure Sachen und euer Talent loben und vielleicht an das Talent eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann ist vieles schon richtig gemacht und alles andere kommt sowieso, aber es kommt sicher gut. Er gibt sich dann auch, ja. Jetzt, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, jetzt vielleicht gibt es noch eine wichtige Frage aus dem Publikum, wenn jemand noch ein dringendes Anliegen hat, können Sie es gerne jetzt noch schnell stellen, hat irgendjemand noch eine Frage an den Stadtpräsidenten, kann ich jetzt sagen. Also über Steuerfüsse das darf man da auch nicht diskutieren, das ist... Ja, dann glaube ich, ist im Moment gerade nichts, sonst könnt ihr dann vielleicht ins Hauswohn noch treffen. Immer gerne, die Tür ist offen, also nicht nur für die Bürgerschaft, sondern auch natürlich für die Arbeitgeber, aber auch für Arbeitnehmer, also, und das glaube ich, muss man auch haben, der Austausch ist auch wichtig, dass man das Zeug deponieren kann, das einem vielleicht auf dem Magen liegt oder so anliegen, und dann, ja, wird nicht immer alles gelöst werden, aber einiges. Dann danke vielmals, dann übergebe ich das Wort wieder der Silvi. Ja, von meiner Seite nochmal vielen Dank, Rolf, für den spannenden Einblick. Ich habe mir da auch ein, zwei Punkte rausgeschrieben, wenn wir gerade rausgestochen sind. Das eine ist, Lösungen zu bringen. Ich habe ja auch noch Teilzeitjobs, und meinen einen Chef, also, den ich hauptsächlich angestellt bin, übrigens in der BCPS, hast du ja auch erwähnt, er sagt auch immer, kommen wir nicht mit Problemen, mit Herausforderungen, sondern bringen die Lösungen mit, damit wir dort gerade ansetzen können. Das finde ich sehr wichtig. Und das andere, was ich rausgespürt habe, rausgehört habe, ist, dass du sehr viel Kontakt aus deinem bisherigen Unternehmensum mitbringst, was dir jetzt als Stadtpräsident sehr viel hilft. Und auch da sehen wir wieder, wie wertvoll das ist, zum Kontakt aufzubauen, zum Netzwerk aufzubauen, und wir nie wissen, wen wir durch irgendeinen Weg irgendeine Person kennen, in welchem Zusammenhang kann uns der Kontakt wieder einmal etwas dienen. . Untertitelung des ZDF, 2020